Was ist das Schiff? Der Kapitän des Schiffes. Buddha aber sah das selbst auf andere Weise. Seine Sicht mag uns anfangs seltsam anarchisch erscheinen, doch letztlich bietet sie uns die Möglichkeit zu erlösender Befreiung. Sowohl die Upanishaden als auch der Jainismus bieten auf der Existenz einer Seele fußende idealistische Erlösungsmodelle an. Beiden Weltbildern liegt die Idee einer unvergänglichen Konstante im Menschen zugrunde, während die einzige Konstante in Buddhas Lehre gerade die Allemsein immanente Vergänglichkeit ist. Damit wendet er sich gegen die Existenz einer unzerstörbaren Seele oder eines Selbst, wie sie sich in der Vorstellung vom Atman manifestiert. Er erweitert die auch in den Veden vorhandene Grundeinsicht »Alles unter der Sonne ist dem Tod verfallen«, indem er die Seele ebenfalls dem Verfall unterordnet, und stellt so der Vorstellung vom Atman die Kategorie des Anatman nicht selbst entgegen. Ein revolutionärer Gedanke, der bis heute als kühn betrachtet werden kann. Buddha zufolge besteht jede Substanz und damit auch der Mensch lediglich aus einer Summe wandelbarer, sich bewegender Faktoren, die sich zu einem natürlich nicht weniger wandelbaren Ganzen zusammengefunden haben. Diese Atome werden als Dharma, aus der Sanskrit-Wurzel Dar, tragen, bezeichnet. Dharma ist der Terminus für die unzähligen Seinserscheinungen, die in ihrem Zusammenspiel das menschliche Erleben bestimmen. Dazu gehören Sinneswahrnehmungen wie Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Tasten, sowie Farben, Rede, Wärme, Töne, Geburt, Alter, Schönheit, Ruhm, Schlaf, Sexualität und so fort. Also eigentlich alles, was in irgendeiner Weise psychisch oder physisch vom Menschen erfahren wird. Wobei diese Dharma nicht als von ihm hervorgebracht, sondern als unabhängige, dingliche Realitäten gesehen werden, die ihn befallen und wieder verlassen. Auf der Suche nach dem Ich Will man sich vom Leid befreien, ist es außerordentlich wichtig, Einsicht in die Natur des Ich zu gewinnen und zu verstehen, wie es funktioniert. Allerdings kann die Vorstellung, sich von der Vorherrschaft des Ich zu befreien, durchaus Bestürzung hervorrufen, zweifellos, weil wir damit an das rühren, was wir für unsere grundlegende Identität halten. Im Allgemeinen sind wir uns der Tatsache bewusst, dass sich unser Körper, seit wir geboren wurden, unablässig verändert hat und unser Geist Schauplatz für unzählige neue Erfahrungen war. Vom Gefühl her haben wir jedoch die Vorstellung, irgendwo tief in uns befinde sich eine dauerhafte Wesenheit, eine Entität, die der eigenen Person eine festgefügte Realität und Beständigkeit verleiht. Dies halten wir für etwas derart Offensichtliches, dass wir es nicht für notwendig erachten, diese Intuition zu hinterfragen und genauer zu untersuchen. Das hat ein starkes Anhaften an Vorstellungen wie Ich und daran anknüpfend Mein, mein Körper, mein Name, mein Geist, meine Besitztümer, meine Freunde zur Folge und bringt entweder ein Verlangen, Dinge zu besitzen oder andernfalls ein Gefühl der Ablehnung mit sich. So entsteht in unserer Gedankenwelt eine scheinbar unauflösliche Dualität zwischen Ich und Andere. Dieser Prozess macht uns zu einer imaginären Entität. Das Ich oder Ego besteht dabei nicht zuletzt auch in dem übersteigerten Gefühl eigener Wichtigkeit, das aus diesem Gedankengebilde resultiert. Seine fiktive Identität stellt sich ins Zentrum um all unsere Erfahrungen. Sobald man die Natur dieses Ich ernsthaft untersucht, bemerkt man jedoch, wie wir später sehen werden, dass sich eine eigenständige Entität, die diesem entspräche, nicht aufzeigen lässt. Letzten Endes stellt sich heraus, dass das Ich nichts weiter ist als eine dem Kontinuum jener Erfahrungen, die unser Bewusstsein ausmachen, zugeschriebene Vorstellung. Unsere Identifikation mit dem Ich ist grundsätzlich dysfunktional, ein Störfaktor, da sie zur Wirklichkeit in Widerspruch steht. Wir schreiben diesem Ich Eigenschaften wie Dauerhaftigkeit, Einzigartigkeit und Autonomie zu, wohingegen die Wirklichkeit genau durch das Gegenteil gekennzeichnet ist, durch unaufhörliche Veränderung, durch Vielheit und Vielfalt und durch wechselseitige Abhängigkeit sämtlicher Phänomene. Das Ich fragmentiert, zerstückelt die Welt und nimmt ein für allemal die eherne Unterscheidung zwischen Ich und Andere, Mein und Nicht-Mein vor. Da das Ich jedoch auf einem Missverständnis beruht, ist es durch die Wirklichkeit ständig bedroht, was ein Gefühl tiefgreifender Verunsicherung hervorruft. Wir sind uns der Verletzlichkeit des Ich bewusst und versuchen deshalb mit allen Mitteln, es zu schützen und zu stärken. Wir empfinden gegen alles Abneigung, was es bedroht, und fühlen uns angezogen von dem, was es stützt und nährt. Aus diesen Impulsen von Anziehung und Abneigung ergeben sich unzählige konfliktträchtige Emotionen. Das Ich ist das Ergebnis einer gedanklichen Aktivität, die in unserem Geist eine imaginäre Entität erschafft und am Leben erhält. Es gleicht einem Gaukler, der in den Bann der eigenen Illusion gerät. Alle Wesen können in jedem Augenblick zur Erleuchtung erwachen. Das einzige Hindernis, das dieser Erfahrung im Wege steht, ist unser Unvermögen, die Reinheit und Unbegrenztheit der Buddha-Natur zu erkennen. Vielleicht spüren wir etwas von dieser unbegrenzten Qualität, aber wir erfahren sie nicht in ihrem vollständigen Ausmaß, und darum fixieren wir uns auf dieses relative Ich, das sogenannte Selbst. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!